Intex Baby Pool Das knapp 2 Kilo schwere, auch im Bodenbereich auflastbare Becken, sorgt für eine gute sommerliche Abkühlung. Zwar ohne Ablassstöpsel und gerade mal ausreichend für zwei Kleinkinder, doch mit einem robusten und dickeren Material als die Konkurrenz wurde dieser Baby Pool gefertigt. Das Highlight dieses Rechteck Pools ist der knuffige Rand, auf dem größere den Kopf weich ablegen und die Beine am anderen Ende baumeln lassen können. Das Bodenluftpolster und die Wände sind sehr stabil. Das Konstrukt hält sogar den Krallen eines Hundes stand. Und das schaffen nun wahrlich die wenigsten Planschbecken. Ein Wasserauslass ist zwar nicht vorhanden, doch bei einer moderaten Wassermenge von 102 Litern verschmerzbar. Gegenüber runden Pools ist der Platzbedarf dieses Modelles ideal für den Balkon und damit für mich ein echter Geheimtipp, wenn man keinen Garten zur Verfügung hat.